Gut reingekommen? Die meisten von euch haben Grundschule, manche sogar Abitur und obendrauf noch studiert. Ulrich Beck war Professor für Soziologie in München, Paris und London und ist gestorben. Bildung ist keine lebensverlängernde Maßnahme mehr. Deswegen sage ich, nach der Grundschule Schluss. Es reicht, wenn man weiß, wie man taggt. Es reicht völlig. Es reicht, wenn man es live leben kann. Wenn man ein Live-Leber ist, ein Live-Leber mit einer Sprühdose. Reicht. Griechenland. Angeblich ist die Bundesregierung einem Euro-Austritt Griechenlands gar nicht mehr abgeneigt. Ich sage, wir haben Griechenland sehr viel zu verdanken. Ohne Griechenland wäre 2004 C. Ronaldo Europameister geworden. Zum Glück ist das nicht passiert. Danke, Griechenland.